Das Hightech-Unternehmen AMS in Bremstetten entwickelt und stellt Sensorlösungen für alle erdenklichen Bereiche her. Jetzt arbeitet das Forscherteam an einem Sensorsystem, das für die mobile Partikelmessung eingesetzt werden kann. Sozusagen ein integriertes Umweltmonitoring. Der kostengünstige, kompakte und energieeffiziente Sensor ist auf der Chip-Ebene integriert. Das heißt, ein ganzes System findet auf der kleinsten Fläche eines Mikrochips Platz. Es soll ja bestenfalls im Mobiltelefon integriert werden können. Es misst Feinstaub und andere gesundheitsrelevante Daten mit einem innovativen Verfahren. Der Nutzer kann dann zum Beispiel über das Smartphone aktuelle Informationen über Partikel in der Umgebung erhalten und sich vor Belastungen schützen. Damit will man einen Beitrag zum mobilen Umweltbewusstsein schaffen.